Ich grüße euch alle ganz herzlich. Man glaubt das kaum. Die Stadtverwaltung Recklinghausen hat mehr als 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben aktuell 23 Ausbildungsberufe. Und genau dafür suchen wir euch. Am 18.04. ab 14.30 Uhr in dem schönsten Rathaus von Nordrhein-Westfalen erklären wir euch und zeigen wir euch, wie vielfältig die Aufgaben in der Stadtverwaltung sind, wie man sich bei uns bewerben kann, wie man Mitglied in unserem Team werden kann und wie man auch Erfolg haben kann. In diesem Sinne, wir sehen uns am 18.04.